Nachdem uns das Update 30, den Mikrofonwechsel, den Flex Space, ein paar Features zur Barrierefreiheit und Oculus Air Link auf der Oculus Quest 1 gebracht hat, steht nun das Update 31 in den Startlöchern. In diesem Video bekommt ihr eine kurze und knappe Übersicht, welche neuen Features das Update 31 für uns bereithalten wird. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser macht, dann schaut doch mal in diese Infokarte, da habe ich euch verständliche Tutorials und Anleitungen hinterlegt, mit denen ihr das garantiert auch hinbekommt. Wollt ihr allgemein keine Reviews, Tests oder Tutorials mehr zur Oculus Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Video zu Update 31 der Oculus Quest Firmware. Wie immer am Anfang eines Update-Videos weise ich auf die Update-Politik von Oculus hin, falls euch das neu sein sollte. Oculus rollt dieses Update phasenweise aus, das heißt 5% der Nutzer bekommen es heute, 10% morgen, 20% übermorgen. Damit möchte Oculus so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben, falls in dem Update dann doch mal ein Fehler drin ist, damit sie es ausbessern können und der Fehler nicht gleich auf allen Headsets ist. Das kann natürlich dazu führen, dass ihr das Update jetzt noch nicht habt. Macht euch da keine Sorgen, ihr werdet das Update auf jeden Fall bekommen. Manchmal ist ein bisschen Geduld angesagt. Wenn ihr euch nicht gedulden wollt und das Update sofort auf eure Oculus Quest haben wollt, dann gibt es da natürlich auch Möglichkeiten. Ihr könnt das Update 31 auch manuell installieren. Wie das funktioniert, findet ihr da oben in der Infokarte. In dem Video erkläre ich euch, wie ihr manuell ein Update auf der Oculus Quest durchführen könnt. Wenn die Installationsdatei für das Update 31 schon verfügbar ist, werdet ihr das bei diesem Video auch in der Videobeschreibung finden. Und dann kommen wir schon zu den neuen Funktionen des Updates 31. Ein wesentlicher Fokus dieses Updates liegt auf dem Bereich Multiplayer und insbesondere den Multiplayer-Einladungen. Also, dass ihr mit euren Freunden schneller was zusammenzocken könnt, euren Freunden schneller was zeigen könnt, die in einen gewissen Bereich einer App einladen könnt. Mit Update 31 werden die sogenannten Spieleinladungen ausgebaut. Das bedeutet, in Zukunft soll es noch einfacher werden, ein gemeinsames Multiplayer-Spiel mit euren Freunden zu starten. Hierfür bietet Oculus im Rahmen des Update 31 eine API für Entwickler an, die diese entsprechend in ihren Apps integrieren können. Ist das Ganze einmal in eine App integriert, dann könnt ihr über das Universalmenü eine Einladung für eure Freunde erstellen. Erhaltet ihr so eine Einladung oder schickt ihr so eine Einladung an eure Freunde, dann bekommt der jeweils andere eine Benachrichtigung, wo drin gesagt wird, wer lädt ein und zu welchem Spiel lädt die Person ein. Und dann kann man eben entsprechend annehmen oder ablehnen. Diese Funktion wird allerdings nicht für alle Apps von Anfang an zur Verfügung stehen, sondern wie ich gesagt habe, Oculus stellt die API bereit und die Entwickler müssen jetzt erstmal anpassen. Was ich euch aber sagen kann, ist, direkt von Anfang an wird das unterstützen Beat Saber, Blaston, Demeo, Echo VR, 4VR Bowl, Hyperdash, PokerStars VR und Topgolf. Weitere Anwendungen werden dann natürlich irgendwann folgen. Eine weitere Funktion im Bereich der Multiplayer-Nutzung der Oculus Quest ist der sogenannte Einladungslink. Über eure Handy-App könnt ihr jetzt künftig Einladungslinks erstellen. Dazu geht ihr auf Create Link, wählt dann das entsprechende Spiel aus und habt dann sogar noch die Möglichkeit, den Zielort auszuwählen. Also wenn dieser Link angewählt wird, wird welches Spiel geöffnet und in welchem Bereich dieses Spiels soll die Person landen, die diesen Link öffnet. Und den könnt ihr dann mit Freunden teilen, beziehungsweise auch mit ganzen Communities, dass ihr dann sagt, so, hier in Beat Saber Multiplayer kommt ihr so rein. Ihr wählt dann auf eurem Handy Beat Saber aus und dann den Multiplayer-Modus, dann kriegt ihr einen Link, den könnt ihr dann teilen und jeder, der diesen Link teilt, der wird dann eben in den Beat Saber Multiplayer geführt. Wichtig hierbei zu beachten ist, diese Links könnt ihr momentan, zumindest zum Stand jetzt mit Update 31, noch nicht über eure Oculus Quest erstellen, sondern dafür müsst ihr in eure Oculus Handy-App. Nicht entscheidend ist dabei, ob ihr jetzt ein iPhone oder Android habt. Das funktioniert auf beiden Geräten gleich. Eine weitere Verbesserung betrifft Air Link. Air Link befindet sich momentan noch in der Beta, sodass wir auch nach und nach immer wieder bei Updates mit Bugfixes und Verbesserungen rechnen können, damit es dann irgendwann die Beta-Phase verlässt. Diesmal betrifft das Update ein Bugfix und eine Verbesserung. Die Verbesserung bezieht sich auf die dynamische Bitrate, die man einstellen kann. Hier hat Oculus nochmal ordentlich geschraubt, damit am Ende eine geringere Latenz und trotzdem ein besseres Bild rauskommt. Zudem wurde ein Bug entdeckt, der Oculus Air Link hier und da mal zum Abstürzen gebracht hat. Auch dieser Bug wurde jetzt beseitigt. Ob das jetzt natürlich, wenn ihr Probleme mit Air Link hattet, ob das jetzt genau euer Problem löst, kann man schwer sagen. Aber auf jeden Fall gab es einen Bug, der jetzt behoben wurde. In der Vergangenheit habe ich außerdem häufiger gehört, dass AMD-Nutzer insbesondere Probleme mit Air Link haben. Und das lag wohl an einer bestimmten Treiberkombination. Und auch da sagt Oculus jetzt, dass da wohl eine Besserung eingetreten sein soll. Also die haben jetzt diese Treiberkompatibilität nochmal verbessert mit Update 31. Wenn ihr jetzt natürlich AMD-Hardware habt und damit konkrete Probleme hattet, kann ich euch jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich nicht sagen, ob genau das euer Problem lösen kann. Aber ich würde mich sehr freuen, von euch in den Kommentaren so einen Erfahrungsbericht zu lesen. Hat dieses Update jetzt die Probleme verringert, die ihr vorher mit Air Link hattet? Da bin ich sehr gespannt von euch zu lesen. Also ab damit in die Kommentare. Ja, dann im Prinzip kaum der Rede wert. Wir haben ein paar Veränderungen bei Messenger. Ihr könnt jetzt Reaktionen auf Nachrichten schicken und ihr könnt eben sehen, ob eure Nachricht gelesen wurde. Also aus meiner Sicht wirklich zu vernachlässigen. Der nächste Punkt, der jetzt für mich gar nicht so relevant ist, aber wo ich mir vorstellen kann, dass da schon ein gewisser Interessentenkreis ist, ist, dass ihr jetzt nicht mehr nur die 3,5 mm Klinke für Kopfhörer verwenden könnt, sondern auch den USB-C Anschluss. Ihr könnt also euren USB-C Kopfhörer mit der Oculus Quest verwenden. Unterstützt werden aber noch nicht alle USB-C Kopfhörer und alle Adapter, die auf dem Markt sind, sondern nur ein paar. Welche das sind, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es ein Support Dokument von Oculus und da müsst ihr einfach schauen, ob eure Kopfhörer dabei sind. Und dann könnt ihr eure USB-C Kopfhörer auch entsprechend verwenden. Und eine Frage, die Oculus in dem Zusammenhang auch noch beantwortet, ist das Zusammenspiel zwischen dem USB-C Anschluss und der 3,5 mm Klinke. Da sagt Oculus, wenn ihr jetzt den USB-C Anschluss mit einem USB-C Kopfhörer belegt, wird der Sound natürlich über den USB-C Kopfhörer wiedergegeben. Wenn ihr allerdings die 3,5 mm Klinke nutzt, bleibt der USB-C Kopfhörer stumm und ihr hört nur über den Klinkenanschluss. Also könnt ihr jetzt keine doppelte Soundausgabe erwarten, sondern dann kriegt auf jeden Fall der 3,5 mm Klinkenanschluss den Vorzug. Außerdem stellt Oculus klar, dass auch momentan weder über den USB-C Anschluss noch über den 3,5 mm Klinkenanschluss Headset-Mikrofone funktionieren werden. Also in dem Bereich keine Besserung. Aber ihr könnt jetzt eure USB-C Kopfhörer verwenden. Eine weitere kleinere Neuerung ist, das Universalmenü wird jetzt vergrößert. Das heißt, ihr habt ein bisschen mehr Platz, um entsprechend eure Apps auszuwählen, um in den Messenger zu gehen, um eure Einstellung aufzurufen. Und ich weiß gar nicht, warum Oculus das so fix macht, warum nicht jeder so ein bisschen die Größe skalieren kann. Aber ja, jetzt haben wir eben dieses größere Universalmenü. Dann hat Oculus noch was im Bereich der Sicherheit getan. In den Einstellungen findet ihr jetzt einen separaten Bereich, im Englischen Security oder in Deutschland eben Sicherheit. Wo ihr alle Sicherheitseinstellungen der Oculus Quest habt, wie beispielsweise dieses Entsperrmuster oder aber auch betreffend der nächsten Funktion, die Passwortverwaltung. Ihr habt nämlich künftig die Möglichkeit, mit dem Oculus Quest Browser Passwörter zu speichern. Das bedeutet, ihr geht auf eine Seite, loggt euch ein, dann fragt euch der Oculus Browser, wollt ihr dieses Passwort speichern. Dann könnt ihr Save drücken. Und beim nächsten Mal, wenn ihr diese Seite aufruft, könnt ihr den Autofill-Modus nutzen und so eben viel Zeit sparen. Auch diese Funktion und die Verwaltung der Passwörter werdet ihr dann künftig im Sicherheitsbereich eurer Einstellung finden. Ja, mein Fazit zu diesem Update, das ist wieder so ein Update der Nummer sicher. Wir haben jetzt keinen Quantensprung. Wir haben Verbesserungen, kleine Verbesserungen, Bugfixes, die uns natürlich auch schon sehr viel weiterbringen. Hier hat man insbesondere Wert auf den Social-Bereich gelegt mit den Spieleinladungen, mit dem Einladungslink. Ansonsten aus meiner Sicht eher Kleinigkeiten für die Leute, die USB-C-Kopfhörer verwenden, wird es natürlich ein großes Aufatmen sein. Ich denke mal, der Rest, dieses Update ist nichts Weltbewegendes, aber es ist ganz erfreulich, dass man sieht, es geht weiter. Und jetzt schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das Update 31 der Oculus Quest Firmo erfindet. Ich bin gespannt von euch zu lesen und interessiere mich wirklich dafür, was ist denn euer Lieblingsfeature dieses Updates. Darüber hinaus würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dass ihr mir ein Däumchen oben da lasst. Wollt ihr wissen, wie euer Oculus Quest noch besser macht, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch verständliche und einfache Tutorials und Anleitungen hinterlegt, mit denen ihr das garantiert auch hinbekommt. Darüber wollt ihr allgemein nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, dann abonniert diesen YouTube-Channel, denn in der Zockstube gibt es Reviews, Tests und Tutorials nur zu eurem Lieblings-Virtual-Reality-RZ. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!